Da schlägt die Glut doch Flammen. Trevor? Ja, ich versuche nur eine Kokosnuss zu gewinnen. Da kriegt ja der Schlauch einen Knoten. Dann muss ich den Wagen wohl umstellen. Quidlington, ich brauche deine Hilfe. Denn ich muss zurücksetzen. Und du sagst mir, wie weit ich fahren kann. Geht klar, Sir. Und weiter, Sir. Noch weiter. Wie, was? Quidlington. Oh nein. Das war ja total genial. Tja, aber auch nur, weil du in der Mitte sitzen durftest. Also dann, wer will jetzt? Ich will jetzt in ich kommen. Ich will, 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 ich will. Ach, streitet euch nicht. Ihr könnt beide mitfahren. Ah. Schön weitergehen. Hier gibt's gar nichts zu sehen. Hey, Joe, Lizzie. Seht euch mal das hier an. Und jetzt ganz vorsichtig. Ist alles in Ordnung, Sir? Natürlich. Aber was hast du denn gedacht, Quidlington? Oh nein. Oh nein. Die Raketen. Es brennt. In dem Zelt. Da, wo auch die Feuerwerksraketen liegen. Es brennt in dem Zelt, in dem die Feuerwerksraketen liegen? Das kann jeden Moment in die Luft gehen. Es brennt in dem Zelt, in dem die Feuerwerksraketen liegen. Wir brauchen dich hier, Sam. Verstanden, Sir. Bitte alle zurücktreten. Die Raketen können jeden Moment in die Luft gehen. Mike, was hast du nur getan? Oh ja, ich weiß. Oh. Penny, du hältst auf die Kisten mit den Raketen. Ich werde den eigentlichen Brand löschen.